Was für einen Sinn hat das, dass ich dir sage, wie viele Abonnenten du mit 2.000 Euro bekommen kannst bei Facebook oder bei Instagram? Das ist nicht der Sinn der Sache. Mit 2.000 Euro kann ich auch im Monat Abonnenten kaufen. Da habe ich 100.000, 200.000 Abonnenten gekauft. Schön, super. Und was bringt das mir? Der Algorithmus bumst mich richtig. Warum? Weil er gibt mir keine Reichweite. Weil auf Prozent gesehen, da habe ich eine Beitragsinteraktion von 0,001%. Was macht Facebook mit mir? Sie sperren mich komplett. Sie geben mir gar keine Reichweite mehr. Weil die normalerweise Durchschnittsreichweite ist bei 3-5%. Also es bringt mir nichts. Es macht keinen Sinn zu sagen, ja wir messen das in Abonnenten oder wir messen das in deinen Followern. Nein, was wir brauchen ist die Interaktion. Die Interaktion kommt es an. Weil diese später entscheidet, wie interessierte Menschen sind an dir. Wann kommen die Menschen zu dir? Komm, kaufen die Menschen vor dir. Bist du interessant für die Menschen? Und behalten die Menschen dich im Kopf, in ihren Namen. Und auf diese Menschen kannst du nach dem Endeffekt Kampagnen schalten gezielt. Wie bereit bist du zu gehen? Wie bereit bist du dich voneinander zu verändern? Ein Rucksack kann man. Ein Rucksack ist sehr gut. Rucksack ist gut. Jetzt sagen wir mal für die Mädels eventuell. Ich sage jetzt einfach mal ein schönes Handtuch zum Beispiel. Also gute Qualität. Ich verstehe was du machst. Ich verstehe schon deine Frage. Also man kann das auf zwei verschiedene Arten machen. Entweder man holt die Leute auf die Facebook-Seite oder man holt die Leute auf deine Homepage. Eines von den beiden Sachen brauchen wir. Weil im Endeffekt wir arbeiten mit dem Pixel. Der Pixel ist ja schon installiert. Den habe ich installiert gehabt. Und uns ist es wichtig, dass es dafür um Kampagnen später zu schalten. Weil Facebook sammelt ja Daten von den Menschen. Man kriegt mal Daten von den Menschen, die entweder auf deine Facebook-Seite interessiert sind. Ach ja, was du erzählt hast. Ja genau, damit man die Werbung schalten kann. Ja genau. Richtig. Und das ist wichtig. Wir hatten heute zwei Meetings gehabt mit zwei verschiedenen Kunden. Von uns Kunden. Jetzt sind wir noch eingeladen worden zu einem Grand Opening von New Burger ist das. Die machen einen neuen Laden auch. Wir sind schon sehr gespannt. Da werden wir den Besitzer kennenlernen. Mit dem werden wir ein bisschen quatschen. Und ja, werden wir dann ein bisschen ballern. Breaking News. Wie Roman schon gesagt hat. Gerade erfahren und dann gleich Kamera raus und lasst uns darüber reden. Gemeinsam mit euch. Was ist eure Meinung? Wie seht ihr das? Meine Frage an mich, Roman, ist, wenn man an so eine Bäckerei denkt, dann denkt man sich doch als normaler Mensch, als normaler, eine Bäckerei kann niemals pleite gehen. Weil jeder Mensch braucht sein Brötchen am Morgen. Jeder Mensch braucht auch seinen Kaffee am Morgen. Und wie kann es sein, dass eine Bäckerei da einfach zugeht? Leitet von 400 Menschen. Von heute auf morgen. Naja, im Endeffekt, du musst überlegen. Die Bäckerei ist nur so lange gut, bis es eine andere Bäckerei gibt, die neben den Aufbau. Die Beste. Ganz bald. Gary wird zu uns kommen. Maximal Ende 2019. Ich sag's ja. Gary wird zu uns kommen. Und wenn du dich als Menschen auf der Plattform haben, weil sie dir Werbung schalten, halt für anderen und dadurch verdienen sie ihr Geld. Aber wenn du als Person es schaffst, dass andere Menschen durch dich, durch deine Posts, deine Videos auf Facebook bleiben, dann belohnen sie dich. Weil du hast es geschafft, den Menschen ein bisschen zu fixieren. Und deswegen ist erstmal wichtig, tagtäglich aktiv zu sein. Sowohl für dich, damit die Menschen dich sehen, als auch für die Reichweite. Und damit festst du dich mit Reichweite belohnt. Wir sind jetzt auch dann mit unserem letzten Treffen. Wir haben drei, vier Videos abgedreht mit dem André. Jetzt Sorka eben. Wie spät haben wir jetzt? In eine Stunde haben wir den nächsten Zoom-Con mit Gabriel, frisch aus Rumänien. Let's go!